Herzlich willkommen in der Schlaumeierei. Heute geht es um den Piriformis Muskel, der ja so für ziemlich alles an Unbehagen im Beckenbereich mitverantwortlich gemacht wird und der besonders gern, gut und häufig gedehnt wird. Und wenn der gedehnt wird, dann sollte er im Prinzip die Welt in Ordnung sein. Ob das so stimmt oder nicht, schauen wir mal. Der Piriformis Muskel ist, da hat er den Namen her, so eine Art birnenförmiger Muskel im Beckenbereich, der das Kreuzbein mit dem oberen Teil des Oberschenkelknochens in Hüftennähe verbindet. Und so im täglichen Leben, bei normalen Aktivitäten, hat er die Funktion, dass er das Bein nach außen dreht. Also eine Außenrotation des Beines und das Bein auch so ein bisschen mit zur Seite abspreizt. Das Problem bei diesem Muskel ist, dass der Ischiasnerv direkt unter ihm aus dem Becken hervortritt und das ganze Bein runterzieht. Und dieser Muskel sehr häufig verdächtigt wird, auf diesen Ischiasnerv drauf zu drücken und somit Beschwerden zu verursachen, die Schmerzen im Gesäß, also richtig schön in der Arschbacke, Taubheitsgefühle zum Teil im ganzen Bein und so ein richtig nagender, nervender Schmerz im Bereich des Gesäßes nach sich zieht. Und da wird häufig der verspannte Piriformis-Muskel verdächtigt. Ob das so ist? Also die Untersuchungen, also auch die wissenschaftlichen, die medizinischen Untersuchungen, die sagen, also eigentlich ist es nicht möglich, dass dieser Muskel diesen Nerv so abdrücken kann, dass er diese Probleme macht. Weil selbst wenn man das macht und dann diesen Nerv mal misst auf Durchlässigkeit, dann hat dieser Nerv eigentlich nie Probleme. Es sei denn, der Nerv ist oben im Bereich der Bandscheiben, also der Wirbelsäule, eingeengt. Aber wir kennen das im Sportverein, in der Muckibude, im Fitnesscenter, nahezu überall, auch in der Physiotherapie. Eigentlich überall wird dieser Muskel, wenn es Beschwerden in dem Bereich gibt, gedehnt. Oder halt auch Schmerzexperten ohne medizinischen Hintergrund raten dann zu, diesen Muskel zu dehnen und zu triggern, also drauf zu drücken mit einem Daumen oder mit speziellen Geräten, damit die Spannung dieses Muskels nachlässt und somit halt auch das Beschwerdebild sich reguliert. Ja, wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass wir nicht nur diesen einen Muskel haben, da hinten im Gesäß, sondern dass wir da noch eine ganze Reihe weiterer Muskeln haben. Und da zeige ich euch jetzt hier mal so dieses gesamte Paket. Und dieses gesamte Paket besteht aus dem großen Gesäßmuskel. Das ist der Gluteus Maximus. Das ist ja richtig schön, wenn man so mal richtig schön an den eigenen Hintern packt, dann ist das das, was man da in der Hand hat. Dann haben wir den Gluteus Medius, das ist der mittlere, und dann haben wir noch den Gluteus Minimus. Und diese ganzen Muskeln, diese drei, Maximus, Medius und Minimus, die haben die Funktion, eine Funktion, es gibt auch immer noch Ausnahmen in bestimmten Winkelstellungen oder Bewegungsstellungen des Beines, der Hüfte, dass diese Muskeln das Bein nach hinten und in die Außenrotation ziehen. Das heißt, wenn diese Muskeln sich anspannen, drehen die das Bein nach außen und heben es zur Seite und nach hinten hoch. Das macht der Piriformis auch. Und jetzt kommt das Tückische, das Raffinierte. Der Gluteus Maximus, der Medius und der Minimus, die neigen bei Inaktivität dazu, lang und länger und schlapp und schleppert zu werden. Das sind dann also praktisch diese Ärsche, die wir in der Stadt sehen, die einfach lockerflockig runterhängen. Also wo nicht so eine richtig schöne, pralle Rundung zu sehen ist. Also bei Inaktivität hängen diese Muskeln, werden die lockerer und schlaffer. Der Piriformis hingegen bei Inaktivität erhöht er seine Spannung, wird kurz und kürzer. Das heißt, die einen, die werden schlapp und lang und der Piriformis wird kurz und knackig. So, wenn du jetzt schon mal ein bisschen weiter gedacht hast, dann trifft dieses sogenannte Piriformis-Syndrom oder das Problem, dass dir der Arsch weh tut und runter ins Bein zieht, das trifft nicht unbedingt die aktiven Athleten unter uns, sondern es trifft in erster Linie die, die mehr oder weniger den ganzen Tag auf dem Hintern sitzen oder auf dem Sofa liegen oder, oder, oder. Oder sogar mit einem dicken Portemonnaie in der rechten oder linken Hosentasche viel im Auto unterwegs sind, weil dann wird das auch nochmal richtig schön zusammengedrückt. Das Problem ist bei der ganzen Sache die Inaktivität. Das heißt, je langweiliger wir werden, je weniger wir durch, in unserem Fall hier, das wunderschöne Kahlenberger Land westlich von Hannover flanieren und ab und zu auch mal eine Treppenstufe gehen oder Sport treiben oder Fahrrad fahren, desto schlapper werden die Gluteusmuskeln und desto angespannter wird dieser Piriformis-Muskel. Jetzt gehen wir zum Arzt oder zum Physiotherapeuten oder zum Heilpraktiker. Ja, wir gehen auch zum Osteopathen. Und die allermeisten davon werden dann sagen, ja, der Piriformis, der ist total verspannt. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Im Extremfall kann das sogar operiert werden oder es kann in diesen Muskel hereingespritzt werden oder es wird mit dem Daumen drauf rumgedrückt oder mit dem Ellbogen oder, 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 oder. Also und immer wird gedehnt. Dieser verspannte Muskel wird gedehnt. Ob das immer funktioniert? Ne, das funktioniert nicht immer. Das weißt du selber. Das funktioniert höchstens mal in dem Moment, wo du es machst und kurz danach. Im Anschluss daran macht der Muskel nämlich das, was er bei Aktivität immer macht. Er wird wieder verspannt und immer kürzer. Und je verspannter so ein Muskel wird, desto schlechter wird auch die Blutversorgung, desto schlechter wird der Müll aus diesem Muskel abtransportiert. Er verändert sein Milieu, wird sauer und tut wieder weh. Und dieser Muskel tut nicht nur in diesem Muskel weh, sondern der strahlt damit auch rechts und links und hoch und nach runter und nach vorne und nach hinten aus. Weil dieser Muskel ist mit Nerven versorgt und diese Nerven, die gehen hoch zum Rückenmark und an der Stelle, wo diese Nerven praktisch in der Lendenwirbelsäule in den Wirbelkanal gehen, treffen sie sich mit anderen Nerven, die aus anderen Bereichen kommen. Und die erzählen hier, pass mal auf hier, ich komme von einem Muskel, das ist der Piriformusmuskel, der ist total inaktiv und total angespannt und da ist richtig viel Müll. Und diese Nerven erzählen das dann den anderen. Und tolle Geschichte, ne? Habe ich mir gerade ausgedacht. Aber im Endeffekt ist es so. Und somit tut nicht nur dieser Muskel weh, sondern dieser gesamte Bereich oder der Bereich seitlich hinten im Oberschenkel, zum Teil bis in die Wade. Ja, da könnt ihr zum Physiotherapeuten, Arzt, Heilpraktiker oder Osteopathen eures Vertrauens gehen, bis, ich hätte jetzt beinahe gesagt, bis der Arzt kommt. Aber die können da immer nur drücken und tun und machen und die Statik kontrollieren und das Becken ist schief. Ach, das Becken ist schief. Becken schief stand. Ja, dann machen wir das mal gerade und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das kann natürlich mal passieren, dass das dann auch besser ist. Aber in der Regel nicht so für super lange Zeit. Ja, wofür müssen wir denn sorgen? Ja, wir müssen dafür sorgen, dass dieser Muskel, der Piriformis, der letzte Stabilisator, wenn die Gluteusmuskulatur schon ihren Dienst lange quittiert hat und nicht mehr dazu in der Lage ist, Leistung zu vollbringen, nämlich Stabilität im Becken, in der Hüfte, in der Lendenwirbelsäule. Wir müssen diesen Piriformismuskel entlasten in dem Sinne, dass wir die Glutealmuskulatur, die Arschmuskeln, wieder mit ins Spiel nehmen, ins Boot holen, dass wir sagen, pass mal auf, Gluteus Maximus, Medius Minimus, euch trainiere ich jetzt mal ein bisschen auf, damit der arme Piriformis wieder das machen kann, wofür er da ist. Und dann lässt er auch mit seiner Spannung endlich wieder nach, wenn die drei Muskeln zusammen mit dem Piriformis wieder eine Einheit bilden. Und das geht ohne Spritze, das geht ohne Operation, das geht ohne Drücken, das geht leider, und das ist jetzt das große Problem bei der Sache, das geht leider nur durch Training. Das heißt, du musst vom Sofa runter und wieder Treppen rauf, Treppen runter. Du musst, wenn du im Büro sitzt, halt mal jede Viertelstunde aufstehen und in die Küche gehen und einen Kaffee holen oder aufs Klo gehen oder ein Wasser holen. Zwischendurch vielleicht mal ein paar Kniebeugen machen, einfach so, so, frisch, fromm, fröhlich, frei und du musst aktiv werden. Dann brauchst du auch nicht mehr zum Arzt, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Osteopathen und was es sonst noch so alles gibt oder halt zu Schmerz-Experten ohne medizinischen Hintergrund. War das jetzt gemein? Nö, war nicht gemein. Also mit denen kommst du definitiv auf Dauer nicht weiter. Du musst diesen Muskel wieder ins Gesamtkonzept integrieren und das geht nur mal durch Training. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, Treppen steigen. Eine ziemlich geile Übung ist halt auch zum Beispiel im Sitzen schnallst du dir ein Gummiband um die Knie und spannst immer wieder die Knie nach außen. Das machst du 100 Mal am Tag. Das musst du nicht 10 Mal hintereinander direkt machen, sondern immer mal wieder die Knie auseinander drücken. Da gibt es zur Gesäßkräftigung gibt es glaube ich 14.000 Videos auf YouTube alleine. Das muss ich dir jetzt nicht zeigen. Soll ich? Nein, muss ich nicht. Also es geht darum, der Piriformis Muskel muss nur in den seltensten Ausnahmefällen tatsächlich gedehnt oder getriggert werden. Zu 99,999% müssen einfach die anderen Arschmuskeln trainiert werden. Und dann ist das Problem weg. Ja, so einfach ist das im Prinzip. Habe ich wieder richtig schön geschlaumeiert. Ja, ist aber so. Ja, aber mein Fitnesstrainer oder mein Physiotherapeut der drückt da immer drauf rum und dann ist das auch mal kurz besser und dann dehnen wir ganz viel und ich mache das ja auch jeden Tag. Ja, aber besser ist es nicht, ne? Ja, Dankeschön. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freut mich das natürlich. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, Kritik, gute oder schlechte, gerne unten in den Kommentaren. Und dann wünsche ich euch und das ist jetzt das Allerwichtigste, dass ihr gesund bleibt und bei dem Wetter jetzt draußen trinken, trinken, trinken. Wirklich trinken. Ganz viel. Mindestens drei Liter am Tag. Habe ich auch im Video zugemacht. Und wenn ihr euch überlegt, wie ihr Wasser sparen könnt, denkt dran, jedes Kilo Windfleisch verbraucht 10.000 Liter Trinkwasser. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ciao. So. Musik Amen.